Hallöchen meine Lieben! Heute steht für mich was ganz Besonderes an, weil ein kleiner Traum von mir in Erfüllung geht. Wir haben nämlich heute ein Fotoshooting bei der für mich eine der besten Pferdefotografen Deutschlands, bei der Alexandra Ewang. Und ich bin schon sehr gespannt und freue mich tierisch. Ich freue mich außerdem, dass Sabine Wendt, das ist meine Friseurin und Stylistin, die ich auch schon zu der Hochzeit hatte, die mich da fertig gemacht hat, organisieren konnte, dass sie mich ein bisschen vorbereitet. Ich bin heute auch nicht allein beim Shooting, die liebe Dummy ist nämlich auch dabei. Die wird jetzt auch gerade fertig gemacht. Der Ruby, den seht ihr hinter mir, steht gerade noch auf der Koppel. Und genießt noch ein bisschen den Mittag, bevor es dann nachher für uns losgeht. Und ich nehme euch jetzt erstmal ein bisschen mit zum Schminken und so, zum Fertigmachen. Ich habe mir als Thema ausgesucht Indianer, also so ein bisschen indianischen Stil fürs erste Outfit. und werde dementsprechend jetzt auch erstmal dann gleich fertig gemacht. Wie gesagt, nehme ich euch ein bisschen mit und wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß. Tschüss. Und du? Steht da rum und frisst. Dummy und Sabine. Einmal Hallo. Dummy ist vor mir dran. Dummy ist vor mir dran. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Musik